Hallo, wie ich jetzt gerade auf einer neuen Facebook-Seite gelesen habe wurde er von seiner Plattenfirma verklagt und der Anwalt hat jetzt gewonnen und er hat verloren. Jetzt darf er wie ein Anwalt Dr. Klingenschnerpelfogelhaus mit 30 Jahren Erfahrung, schrieb er darf nie wieder einen Song schreiben sonst muss er Strafe zahlen steht bei Facebook und das nicht zu knapp 45 Euro pro Wort muss er bezahlen wenn er dagegen verstößt. Das ist in einer einstweiligen Verfügung festgehalten für 5 Jahre, er darf sich aber Songs schreiben lassen wenn dieser eine rosa Mütze trägt während er das schreibt steht im Bericht gleich nebenbei alle seine Hörer müssen auch eine rosa Mütze tragen sonst sehen sie nicht so gut aus und es steht auch drin. Du musst mich schnell abonnieren sonst wird nächste Woche dein Strom abgedreht wenn ich keine Abos bekomme die ersten Personen sind schon betroffen also schnell abonnieren heute ist es ausnahmsweise kostenlos statt sonst 4 Euro.